Hallo und auf zum nächsten Spiel, hoffen wir mal, dass das alles so wunderschön klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber bisher sieht es ja ganz schön aus, vielleicht war ich ja mein Ziel eher als ich denke. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal heranziehen war, ich war so gehypt. Ach ja, seitdem sind viele, viele Seasons verdammt. Und ich war nicht immer heranziehen. Aber, ich habe mir sehr viele Profi-Spiele seitdem, ja es ist halt ein Krieger. Ob sich die Sprengfalle da so lohnt, aber wenn man schon auf Fallen spielt, ne? Och, das ist ja so übel. Das wäre so eine Kombination, die beiden und dann drei Fallen auf der Hand, das ist ja der Traum, quasi. So, jetzt muss ich mal gucken. Was ziehe ich nach, wenn ich wenigstens noch eine zweite Falle nachziehe. Nehme ich mir die beiden Püren und reinhaufe. Das macht nicht wirklich Sinn. Der Krieger wird sie töten. Der hat eine Axt, der hat irgendwas. Sie stirbt. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Da sage ich, das hätte nichts gemacht. Wenn gar nichts. So. Schau, was für große Zähne ich habe. Dann kann er da reinrennen, dann kann ich zurück reinrennen. Ist nichts passiert. Beziehungsweise spare ich mir das und später sprengt er in der nächste Runde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der keine Ahnung hat oder ob er ein Anfänger ist. Ich finde es ja immer lustig, dass einige Pros nicht unbedingt, aber zumindest Leute, die ziemlich weit oben sind, meinen mit der Rückseite die Leute dahingehend austricksen zu können, was ihren Status als Spieler angeht. Nein, was interessiert, ob ich die Karten rauskriege. Ich frage mich, ob... Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob der hier nicht... Zurück an die Arbeit! Okay, alles klar, das war ein... Der rennt mir jetzt ins Gesicht. Ne? Wunderbar. Ich muss mich entscheiden. Schön, schön, schön. Also ich könnte jetzt drei Karten ausspielen. Hm. Mir fehlt leider ein Mana, sonst könnte ich die drei ausspielen. Das wäre natürlich auch schön. Ne, ne. Mal was machen, lass. Komm, Midnacht. Ich verrate's niemals. Oh, oh je. Das passt. Ja. Ich mache immer noch wesentlich weniger Schaden als er. Also wenn er so spielt, wie ich mir es denke, dann wird er mir jetzt ins Gesicht rennen. Das wäre schade für ihn. Aber gut für mich? Sehr gut für mich. Sehr, sehr gut für mich. Hm. Ja, und nicht wundern, was das Overlay angeht. Ich bin leider noch so ein bisschen am Testen. Und aufgrund der technischen Gegebenheiten kann ich immer erst im Nachhinein sehen, wie es bei euch aussieht und wie es bei mir aussieht. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Damit er dich besser frossen kann. Äh, okay. Ich muss mich entscheiden. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, das war dumm. Und schon liegt er hinten. Nur weil er sich heilen kann, ist er damit ja nicht gleichaus automatisch unsterblich. Also ich mein... Hey. Ne, das ist ein Anfänger. Das ist auch okay. Das passiert. Ne. Ja, er wird sich ein Anfängergeist gesucht haben und da wird drinnen gestanden haben, wo er was zu spielen hat. Da müssen wir mal gucken. Der wird wahrscheinlich... Ich nehme es mal an. Da die an Gold hat, hat er schon ein bisschen gespielt. Ähm. Also wird er auch einen Schildblock haben. Wird sich eventuell auch mit einer Axt bemühen. Für den Kriegshäuptling. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so schlau. Aber er kann mir ja ins Gesicht rennen, wenn er will. Vielleicht kriegt er mich ja unter Druck. Oh, 17. Und jetzt rennt er mir ins Gesicht. Oh nein. Er macht nichts. Ah, er delatet mich zu Tode. Ah, er delatet mich zu Tode. Ich gehe auf 15. Ah. So. Na denn. Ich schwöre die Schlangenballe so oder so aus. Nein. Ihn kann ich jetzt nicht ausspielen. Ich könnte... Hahaha. Das mache ich. Das ist ja nicht besonders wichtig. Aber es war lustig. Jetzt muss ich nur gucken, ob lustig auch hilfreich war. Das war jetzt schon... Also... Mir ist klar, dass das jetzt gerade kein Top-Play war. Also... Es hätte wahrscheinlich gereicht, einen zu töten. Okay. Ich denke, jetzt geht es mir für dich. Okay. Na. Na gut. Leuchtet, Beutel. Das war's. Ja. Nächste Mal habe ich gewonnen. Außer er kann noch irgendwie gewinnen. Da wäre ich jetzt gespannt. Ich meine, er kann mir 5 Schaden machen. Dann habe ich noch... 5 Lebenspunkte. Dann bin ich gespannt, wie er mir den Rest dann Schaden macht. Könnte natürlich 9 Schaden machen. Und wenn er es hat, seine Waffe noch um 1 erhöhen. Dann wäre er bei 10 recht tot. Dagegen kann ich absolut nichts machen. Das wäre aber krass. Das wäre einfach Pech für mich, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Aber das ist wohl ausgeschlossen. Er würde den jetzt irgendwie hoch treiben. Und er rechnet gerade auf. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir müssen mit dem Umrechner eigentlich fertig sein und feststellen, das klappt nicht. Er muss sich wenigstens heilen. Und dann würde ich mir an seiner Stelle... Keinen Schaden machen. Ich muss mich erscheinen. Schön, schön. Die Zeit ist um. Auf geht's. Ich jage allein. Oh, ich darf nicht. Mann. Es geht weiter. Gut. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Spielen. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Euer Harden.